Jo Leute, Willkommen zum Vlog mit den Jönchen. Wo geht's hin? Mit Jönchen. Das freut. Aber nur bis Freitag für mich. Deshalb wird's nicht so'n Mega-Vlog. Deshalb haltet ihr am besten direkt ab. Ciao. Spaß Jungs, bleibt dran. Wird mega, 3 Tage ganz am Poolcent. Der Arman Sanger ist auch da. So Leute, der Arman meinte, das Intro wäre scheiße gewesen. Deshalb gleich noch eins. Alles geht schon los, machen wir wieder Aufsicht. Zieh durch, Alter. Heute sind wir in Gernsheim unterwegs und gehen in dickes Hecht fahren und haben Spaß. Ich dachte, du wolltest zu motiviert reden. Ist das ein bisschen heiß oder was? Jo Leute, was geht ab? Heute sind wir in Gernsheim und fahren in dickes Hecht. Nice. So Freunde, jetzt wird erstmal Tim sein Akku in die Gefrierbox getarnt. Zieh durch. Da muss man von der Rio heißen. Oh Junge, das ist perfekt. Okay, easy. Wir machen ganz schnell noch einen Vlog. Was habt ihr zum Vlog zu sagen? Ähm, die haben sich Tiefkühlpizza gekauft. Wir haben keinen Backofen. Ja, du brauchst einfach nur die Sonne, das reicht. Man braucht nur die Sonne. Pascal, was hast du zum Vlog zu sagen? Erstmal hat er einen Koffer hinten drauf, der breiter ist als er. Ja, und dann war's das auch mit dem Vlog von Pascals Seite. Ciao. So meine Freunde, wir sind jetzt angekommen im Bikepark Gernsheim auf dem Zeltplatz. Mit dem Armand Sanger. Ähm, ja. Ja. Was soll man sagen, Alter? Vlog life ist ja Scheiße. Echt? Alter, nimm mal deinen Fuß von meinem Gesicht schmeckt. Mega. Jungs, dickes Häschen im Bikepark. Bikepark. Gernsheim. Bikepark Springfield. So Jungs, die sind alle dagegen. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr der Meinung seid, dass man für eine Pizza unbedingt eine Mikrowelle oder einen Ofen braucht oder ob die auch so fertig werden. Weil ich meine, dass sie einfach nur auftauchen müssen, dann sind sie mega. Und ja, in die Kommentare. So Jungs. Also, es schmeckt mega. Haben wir jetzt rausgewunden. Äh, nach den, also, äh, ja. Warte, ich wollte das jetzt eigentlich noch demonstrieren. Ah, fuck. So Leute. Ist es, ist es geil. Gönnt euch auch was. Ist mega. Ist aber, ist nur was für richtige Mega-Kinder deshalb. Also, ihr müsst aufpassen. Wenn ihr nicht richtig mega seid, dann kriegt ihr den Tschüss. 2 Sekunden eskalieren. Ich hab keine Power mehr. BITTE! Ich hab keine Power mehr. Aber für die Vlog. Das geht nicht. Komm, sieh nochmal durch. Komm. Jam. Man, Pascal, du hättest den Vlog so upgraden können. Ja Leute, jetzt geht erstmal ne Mega-Session mit dem Tim-Kräber. So Jungs, der, der Jano übernimmt das Vlog-Life. Jo, also, das Vlog-Life ist hier richtig cool. Mega. Ist richtig mega, ja. Und, ähm, wir sind hier in Gernsheim. Am Samstag ist hier der Contest. Ich hoffe, der Lüsch wird mitmachen. Nein, ich bin nicht mehr da. Ach so, ich bin jetzt nicht mehr da. Uff. Janu Punkt Mtv. Mittlerweile geht's. Boah, die Sonne, Alter. Jo, ich hab hier grad Lüchsen Vlog geklaut. Also, Overtag vom Vlog-Life. Und, die sind da grad am Buddeln. Aber, folgt Janu Punkt Mtv auf Instagram. Ist ganz wichtig. Weil, wenn ihr das macht, dann werdet ihr zu nem Mega-Print. Ja, Jungs, aber ne Mega-Secher auf der großen Line. Hoffentlich nicht sterben. Ich weiß nicht mal, ob er einmal dreht muss. Ich glaube, ja. Ich hab die halt viel größere in Erinnerung. Dies ist schade, Jungs. Dies ist schade. Boah, das geht ja geil. Junge. Ich bin ja fast auf sie gelandet, Mann. So, Jungs, die Session sind am Ende. Es gab wenige Clips. Aber, dafür geht's morgen in ner fetten Session weiter. Ja, Leute. Wir sind umgezogen. Ich find's nicht so mega. Weil, wie man sieht, hier sind ein paar Möken. Aber, eigentlich nicht so viele. Und ja, bis morgen. War gut, Scheiße. So, Jungs, was geht? Morgen Session ist da, die Nacht war scheiße. Ich bin hier am Backpark Springfield. Wir fahren in den Dicker Session. Ey, Arman, wie war die Nacht für dich? War schon mega, oder? Ich hab eine Stunde geschlafen. Ich hab den Nachmachen gehalten hier im Backpark. Okay, Jungs. Also, wir jetzt erstmal gesnackt, ne? Mit ner fette Session geworfen. Ja, Jungs, das ist ein Mega-Vlog. Der Arman Sanger probiert Backlips. Und, ich weiß nicht, ob ich für's Vlog-Life nochmal einen mache dahin auf dem Mulch. Das wär ja schon... Ich würd' ja schon die Klicks hochpushen, oder? Ich weiß das nicht. Boah! Ja, mega! Ich bin zum mega fetten Ride, Jungs. Mit dem Sanger Punktanga. Warmer, Alter. Nicht wahr, Jungs! Der Sanger, Alter. Aua... Oh, Jungs war der weit. Boah! Alter, war der Schab... Ich hätte ja echt gerne nochmal einen Backbill fürs Vloglife gemacht, aber das Feeling ist weg, die Schoner sind nicht mehr am Start, es geht nichts Jungs. Deshalb, danke fürs Zusehen, wer hat euch gefallen hat, gönnt ein Like, ciao. Ich habe auch einen Backbill.